so mal kurz hier durch hier müssen jetzt aber hier am schimmeln sein da läuft da ach weißt du was ja nein oh der hat das so gut gemacht so was ich eigentlich immer mache warten bis der fahrer ausschlägt um mich zu killen und dann schnell in seinen tank zu steigen das ist eigentlich immer mein plan lass mich doch zu ihnen bei dem ist der gleiche kollegische wieder mal ich dachte der stein mehr größer denn nämlich mich verstecken aber das war leider nicht so der fall ja es kommt wieder bei dem hier einfach am dichtesten in der action ist sniper ja das ist ein tank das ist ein soldat das auch man genau wieder vor mir einer 20 11 fahrzeug zerstört gut sehr nice pick auf hier sniper einschläge schon wieder jetzt kommt gleich der tank ach mist dann hat er mich doch gesehen jetzt geht es über zum base oder gleich zumindest 21 12 oder 13 13 ja a shadi shadi und rie so dann bringen uns doch mal ach gar kein zweck mit dem zu fahren oder hätte vielleicht doch eingehabt um schauen lass mich den killen danke danke okay hilfe bei kill höh tank ach von hinter uns wieder die X-Blaze, yo. So. Oh, AC-130 ist Frab frei. Okay, ich springe ab. Tschüssi. Muss ich sagen, dass die Map eigentlich recht schön aussieht, ne? Da kann man ja nichts gegen sagen. Nice, nice. Neiße Aussicht. Jetzt müssten wir nur noch mal irgendwie ein bisschen was reißen können hier als Team. Dann wäre das fantastisch. Richtig, richtig lässig wäre das dann. Zack, absetzen hier. Nein, nicht vom Tank. Och, Mann. Und immer, und immer wieder will man von den Tanks gekillt. Slowern. Slowern. Komm schon, wir müssen mal jetzt hier wieder... 62 Prozent, Hilfe bei Kill. Oh, Mensch, du. Wo sind denn die Gegner? Hier müssen ja noch irgendwo welche sein. Hier oben sind sie drinnen. Ich komme, um dich zu holen. Hi. Schön erstmal den Finger ins Ohr gesteckt. Hier, ne? Schön. Und dann gekillt. Geil, ey. Schön. Mit dem Finger im Ohr. Und dann gekellt. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Ja, wieder vom Tank. Und wieder von dem gleichen. Ne, gar nicht. Ne, da hat er uns in der letzten Folge in der Sniper Challenge ist er uns auf den Sack gegangen. Er macht ja auch seine, seine, seine eigene Sniper Challenge. Den habe ich jetzt auch weggesniped mit meiner G36. Da müsste irgendwo einer sein. Hier irgendwo. Hat man ja eben auf der Map gesehen, ne? Hallo? Da. Oh, shit. Holy moly. Höh? Ah, oben auf dem Dach erhöhte Position. Höhere Position als ich. Deswegen konnte er mich kennen. Alles klar. Ich habe mich schon gewundert. Wie? Höh? Aber das erklärt natürlich einiges. Ah, was denn? Tank? Fragezeichen? Ich denke mal. Ist natürlich sehr schade, dass wir jetzt hier so am Verlieren sind. Moment. Wow. Dieser Place. Best Place. EU-West. Jawohl. Back mit dir. Ich glaube, da war ich markiert von dem Sniper, der da oben links auf dem Berg lag, wo wir noch so ein bisschen Attack Light gesehen haben. Schade. Schade, schade, Schokolade. Holen wir mal einen Sniper hier. Wo sind denn die? Da müsste er liegen. Aber ich sehe da gar keinen. Was ist denn das? Ein Enttäuschungsgrenet. Ne, der ist tot. Von wo? Doch, da sitzt der irgendwo. Ne. Hä? Von, von wo? What the hell? What the fuck? Ach da. Holy shit. Ja, okay. Irgendeiner muss mich halt wegholen. Da hat man nichts. Keine Chance gegen die irgendwie wieder wegzuholen. Sehr schade. Hi. Oh shit, nee. Meine eigene. Nein. Der holt. Da lag noch ein Sniper. Ich dachte, da wären nur die beiden Infanteristen. Infanter. Infanteristen, die da, die ich hier auch aktiv gesehen habe. Doch dem war leider nicht so. Hol die weg. Sehr gut. Nice. Erstmal hier Entminen. Oder auch nicht. Sorry, Leute. 100 Tickets haben wir nur noch. Wir sind also hart am verlieren. Leider. Die haben noch 432. Weil, komm. Können wir uns ihn gönnen? Nein. Nein. Von wo wurde ich denn jetzt schon wieder beballert, ey? Den wollte ich doch ganz nice einfach wegmessern. Mann. Ey, das ist doch ein Scherz. Alles nur ein Scherz. Eine Witzfigur. Ja, er kommt wieder mit seinem Tank. Mal wieder. Haben wir ihn schon wieder vermisst da? Moins ins Kollege. Gut, dass du da bist. Huh, ich dachte, dir wäre schon irgendwas zugestoßen oder so. Aber zum Glück nicht. Ach ja. Die ganze Zeit, wahrscheinlich den ganzen 100 Level, 140 Level nur im Tank gesessen oder so. Oh, schade, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Hehehe. Wow. Wenn man hier von allen Seiten auch noch beballert. Ach ja. Pionier, kein Mediket. Wo sind die hier? Hallo? Hi. Ich habe ihn aber noch getroffen. und natürlich hat mich leider ein Sniper weggeholt. Nein, wir haben unsere Führung abgegeben. 30, 23. Mein Gott, wir haben immer, oh, wir haben schon verloren. Boah, das Team muss ja richtig schlecht gewesen sein, wenn ich schon die meisten Kills habe. Tja, sag ich, würde ich mal sagen, war eigentlich so eine gute Runde von uns. 30, 24. Leider konnten wir den ersten Platz nicht halten. Boah, guckt euch mal die Stats an, wie schlecht die sind. Okay, hier ist ja auch gerade nicht so gut, aber die haben schon ein paar mehr Kills hier, die oberen. Und bei uns, ja, 30, 24. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski, ciao.